Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind heute im Ridgeview Roadhouse. Roadhouse. Visible right? Ja, diesmal hast du eine Taschenlampe, wa? Du richtig geilen Geister. Shit, jo. Ich habe eine Taschenlampe. Guck dir meinen Flashlight an. Killer. Schieße ein Foto vom Geist. Sanitywert. Geistsalz. Wie heißt der Geist? Kennet. Wo ist der Stromkasten? Wilson. Der Stromkasten ist, wenn du jetzt hier nicht rumgedrückt hast, Erdgeschoss, Garage. Es ist night. Ich habe gar nichts mitgenommen. Kleinen Moment. Ich bin gleich da. Es ist night. Oh, du bist so doof, ey. Warte auf mir. Ich bin noch nicht so weit. Ey, das frisst alles unsere Vorbereitungszeit, wenn du die Tür aufmachst, ja? Wir haben nur zwei Minuten dreißig. Haben wir zwei Minuten dreißig? Was hast du eingestellt? Mir doch egal, wenn du alles vergisst. Ich warte nicht auf dich. Haben wir zwei Minuten dreißig? Bist du in der Garage? Ich mache Licht an, ey. Oh, cool. Ja. Ich war auch hier. Ja, wenn ich jetzt erstes... Affe, ey. Ach, hier, waschen die Tür auf. Hä? Du bist doch dumm. Ja. Ich wollte ja sehen, ey. Ich bin fettrig und bin voll doof. Aber das macht nichts, weil ich merke ja nicht, dass ich so doof bin. Ja, komm, du isst doch deine Buletten mit Senf ohne Zwiebeln oder was. Ohne Zwiebeln geht ja mal gar nicht. Du isst doch deine Buletten mit Mayonnaise. Bäh, nee. Klar, geht immer. Gar kein Voll, wo ist das? Mayonnaise kannst du überall draufschmeißen. Nee. Schön so, wenn du Rinderbraten machst zu Weihnachten, Mayonnaise. Ach so, ja. Ich kann ja mal gucken, wenn... Demnächst wieder nach einem Braten, ne? Ja. Äh, Badezimmer bei die Tür auf. Aber da war nichts los. Schlafzimmer bei die Tür zu. Aber da ist auch nichts los. Warst du das? Was? Hast du Licht angemacht? Ja. Das war ich nicht. Ähm, hattest du in der Garage auch wegen der Temperatur geguckt? Ja. Okay. Und da war cool, ja? Ja. Okay, okay. Ich glaub dir jetzt mal. Bin jetzt mal so frei, dass ich dir das abkaufe. Warst du hier hinten in jedem Raum drinne? Wo ist bei dir hinten? Ja, die andere Seite. Ja. Okay. Sind ja auch die Türen offen, ne? Äh, übrigens in der Garage sind... ...eben elf Grad gewesen. Und ich hatte... Ey, ich hab doch geguckt. Zwölf Grad. Jetzt hab ich zwölf. Dreizehn. Er hat irgendwas geschmissen. Ein Puffi. Ach so, ist schon an. Hä? Tabletten. Okay, ich komm nicht drauf, sag's mir. Was? Was hat er geschmissen? Ach, du bist das hier die ganze... Ach, du bist so... Ich hab nix geschmissen. Das war ich nicht. Ich schwör. Du hast aber die Tür gerade aufgemacht von dem Schrank. Ja, das war ich ja. Aber das andere war ich hier nicht. Irgendwas ist geflogen. Ich sag's jetzt, wie es ist. Ich erzähl da keinen Quatsch, Alter. Bei sowas macht man keine Späße. Ach so, Reacher-Brett ist übrigens hier in deinem Hobbyraum. Ja, da macht man keine Späße. Mit dem, was du gestern gemacht hast, macht man keine Späße, Junge. Was denn? Ich hab mich nur schlafen gelegt. Oder so getan, als ob ich schlafe. Und davor hab ich so getan, als ob ich schreie. Hier, irgendwas hat dir geklimpert. Hier, er ist hier, 6 Grad, vorm Kamin. Der macht sich's gemütlich hier. Der hat die Tasse in den Kamin geschmissen. Der geht ja voll ab hier. Hier, beim Kamin im Essraum. Hier vorne. Ich freu mich ihn aber nicht an. Oh Gott. Ah, Alter, ey. Meine Minustemperatur. Okay, wo ist die Fernbedienung? Das Nerv? Da, da, wo, da? Ah ja, auf dem Tisch, das macht Sinn. Alter, ey. Der Wieso, ich hab doch... Die Kamin-Temperatur... Ich hab ja gestern nur so getan, als ob ich mich gestoßen hab und dann, als ob ich schlafe. Nein. Als ich Strom angeschlossen hab und du die Sicherung reingemacht hast. Nächstes Mal trete ich dir so in den Rücken, ey. Komm, das war doch lustig. Du hast richtig gedacht, ich hab eine geknallt gekriegt. Ja, ich hab richtig gelacht. Wie noch nie. Hab ich nicht mitgekriegt bei den ganzen Schlägen, die ich gekriegt hab. Das tat ganz schön weh. Wie dunkel da drin. Ja, das Licht ist aus. Achso, weil noch kein Dotz-Projektor liegt. Ah, kein Lange. Ja, ich hab auch noch keinen mitgenommen, weil ich die Box erst mal mit hab. Wegen Gefrier und, äh, Buch hab ich. Kennen, schreib ins Buch. So. Hast du den Dotz-Projektor? Äh. Cool. Was hast du denn jetzt mitgenommen? UV. Und was noch? Und was noch? Hä? Und was noch? Natürlich hast du den Dotz-Projektor mitgenommen. Nein, hab ich nicht. Na sicher, ich seh, dass du ihn gerade platzierst. Nein, hab ich nicht. Stimmt, ich hab das gemacht. Alle Lorbeeren, auch mich. Hast du ein EMF? Nein. Und wo ist der? Im Auto ist keiner mehr. Dein Arsch. Ich hab jetzt ein... Ha, ha, ha. Ich hab jetzt ein Kreuz. Äh, wie kein EMF, da muss doch ein EMF-Gefrier. Gefrier, der ist, glaub ich, bei dir, halt. Der Gefrier ist hier schon die ganze Zeit. Er haucht mir im Nacken so. Wir haben EMF-3. Hast du gerade geredet? Äh, ich hab gesagt, wir haben... Und dann hast du geredet. Aber sonst hast du nix gesagt. Nein. Alter, der geht hier gerade richtig ab. Der schmeißt die ganze Zeit Sachen. Ich hab erst gedacht, dass der irgendwie so... ...gemacht hat. Äh, der ist ganz schön aktiv. Was braucht man überhaupt noch? Radioaktiv. Noch ein Kreuz. Radioaktiv. Hier geht's. Eine Kamera. Ich weiß ja, wo das Reacher-Brett ist, aber Knochen haben wir jetzt beide nicht drauf geachtet, ne? Skill. Skill. Das heißt Skill. Kennst du nicht, dass jemand Skill hat? Also, ähm... Können. So. Weißt du, was ich mein? Nein. Oh, er redet. Tut er nicht? Ach, schade, dass er das nicht versteht. Muss mal Google-Übersetzer fragen. Google weiß alles. Hm. Da muss der Knochen noch oben gewesen sein. Oder im Ketter? Ich guck mal erstmal oben. Bei uns der Knochenjäger. Nö, 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 nö. Nö. Okay, kleinen Moment. Nö. Kleinen Moment. Nö. 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 Ich wette, ich bin den Knochen in einen der Räume, wo du warst. Nö. Doch. Aha. Na, was habe ich gesagt? Tatsächlich. Der ist sogar in einem Raum. Ja, in dem komischen Kinderzimmer hier hinten, wo du drin warst. Da war ich ja nicht drin, in dem Kinderzimmer. Natürlich, hinten beim Badezimmer. Da das blaue Zimmer. Wenn du den Flur runter gehst. Wenn du hoch gehst, links, links und dann rechts und dann... Da warst du drin. Da war ich nicht drin. Ich war in dem ersten Kinderzimmer. Nein. Das warst du... Ey, ich hab dich sowas von gesehen. Was hat mich verraten? Meine Taschenlampe? Ja. Ist der Strom eigentlich aus? Nö. Oh, ach, links stand hier gerade. Ja gut, aber das Ding liefert uns ja keine Beweise. Wir brauchen... Schreib ins Buch. IMF-Box-Buch. Dots haben wir nicht gehabt. Orbs haben wir Orbs gehabt eigentlich. Nein, hab ich keine gesehen. Na und, ich kann doch trotzdem damit gucken. Hast du ne... Ja, hast du ne UV-Lampe hier? Kann ich die mal haben? Ja. Das wäre... Irgendwie ist der Geist bei dir. Das hättest du mir auch geben können. Irgendwie bist du ziemlich... Weiß ich nicht. Also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Du hättest mir die auch einfach in die Hand geben können, Jasmin. Nein, fertig. Das ist ziemlich herabwürdig, wenn du die einfach so vor mir auf den Boden schmeißt. Doch, das bin ich schon. Finde ich nicht. Ich mach überall das Licht an, denn im Hellen finde ich's toll. Im Dunkeln kicke ich ein. Das war nicht hier. Wo ist der denn? Oh, das ist aber praktisch. Okay, er hat das Licht ausgemacht, aber wir haben keine Fingerabdrücke. Okay, oder warst du das? Nee. Gut, weil es nur ein Schalter aus... Hier ist irgendwas gefallen. Hoffnung. Hä, er ist in der Küche? Ja. Muss, muss. Das hat sich angehört wie Küche. Hä, das war hier, die Gabel da unten. Ach nee, das ist der Boden. Aber hier hat der doch irgendwas... Ich hätte schwören können, dass das in der Küche war. Das hat sich so... Ja, aber es hat sich so rechts angehört. Ich guck noch mal wegen Dots. Ja, aber außer, dass der schmeißt, kriegen wir irgendwie keine Beweise, ne? Nee. Haben wir die Sanity Quest? Nee, weiß ich nicht. Ja. Äh, Or... Nee, sind die Schneefloch. Wollen wir die Sanity Quest machen? Nee, ganz bestimmt nicht. Okay. Ja, Orbs sieht man jetzt kacke, weil das Licht an ist, ne? Du bist kacke, aber richtig. Du bist kacke. Du bist ein Ketchup-Experte. Ja, Jamie. Das ist blind. Hä? Alles gut. Nein. Ähm... Der Fernseher ist an. Echt? Das sehe ich gar nicht hier auf der Kamera. Tja, wenn du mich nicht hättest, ne? Dann würdest du nicht wissen, dass die Leute... Boah, der laut, ey. Okay. Jetzt kannst du besser gucken, ne? Ja. Aber ich mach noch mal an, weil ich reingehe. Dotz. Okay. Der ist durchgelaufen, eben. Richtung Fenster. Jurei Oni. Ich geh endlich an. Aha. Und du geh endlich aus. Oh, ist das laut. Ja, der... Uh! Das Kreuz ist verbrannt. Ja, der ist auch voll durchgelaufen, eben. Das verbrennt ja das Kreuz. Ja, schon wieder. Also Dotz, Gefriertemperaturen, Jurei oder Oni. Wir haben beim Jurei... Äh, stärkende Jurei haben einen stärkeren Einfluss auf die Sanity von Menschen. Schwächen wird ein Jurei ausgeräuchert. Also wird er für längere Zeit jegliche Bewegung einstellen. Was brauchen wir denn? Und Oni ist, ähm, stärken. Oni bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Schwächen durch ihre hohe Aktivität sind Oni leichter aufzuspüren. Also würde ich sagen, ihr im F5. Ja, warte. Es ist ein Oni. Okay. Weil die Stärken und Schwächen sprechen eindeutig dafür. Salzwandern, das können wir noch machen, ja. Ich habe gar kein Kreuz mehr. So, schieße ein Poto. Ach, scheiße, ich muss doch noch mal rein. Mein Spiel hakt. Lasse Salzwandern. Oh. Korbe hier, Mr. Boy. Ey, du kannst hier im... Das Spiel hakt nicht. Du bist bestimmt gegen so eine komische Lampe hier gelaufen. Und kam es nicht weiter. Die eine hier, da bin ich eben gerade, ähm, stacken geblieben. Achso. Also ich komme bei der eine nicht weiter. Nee, ich war so. Ich habe hier eben auch so ein Hindernis gehabt. Aber das war eben verlaufen. Jetzt schon wieder. Die Lampe. Ich komme hier, wenn ich genau auf die Lampe zugehe. Ja, ich habe es verstanden. Das ist die Lampe sein, Mann. Ja, da ist eine Hitbox. Und ich kann da nicht... Alter, bist du doch oder was? Ich kann nicht über die Lampe rüber. Das ist ein unüberwindbares Hindernis. Ja, durch Salz ist er jetzt auch durch. Heftig. Heftig. Das ist einfach heftig. Ja. Oder? Ja. Total. So, können wir fahren oder was? Kann die Kerze nicht anmachen. Warum nicht? Willst du denn mit einer Kerze? Ah, doch, jetzt geht's. Willst du denn mit einer Kerze? Gar nix, sieht schick aus. Ach so, aber wenn ich zu Hause alles anders... Ja, das sind ja andere Kerzen. Das sind ja... Ach so. Du hast halt nicht so coole Kerzen. Nee, ich habe richtig coole Kerzen. Ja, sag mal nix. Alter, das Kreuz ist voll verbrannt. Der spinnt aber. Richtig ich. Richtig ich? Richtig ich. Ja, was kann ich hier noch anstecken? Hallo! Anstecken? Ja, wir müssen ja noch ein Foto vom Ghost machen, ne? Ja, da sterben wir ja meistens, ne? Richtig. Und meine Idee ist jetzt hinter... Das nächste Kreuz ist auch schon verbrannt. Leck, oh mio, das gibt's doch gar nicht. Ja. Jetzt haben wir hier überhaupt keinen Gruselfaktor drinnen, aber die Kreuze brennen in einer Tour. Und wir kriegen kein Foto. Guck mal. Das auf dem Tisch ist feuerrot und das auf dem Boden ist angeschmort. Da, da. Siehst du? Und ich war dann nicht mit dem Feuerzeug. Mhm. Ich hab gekokelt. Ja, wollen wir jetzt nochmal reingehen, oder? Ja, wird sich ja wohl einmal zeigen kurz, oder? Nur zeigen, oder? Äh, ich sollte mein Fotoapparat wollen. Ja, ja, ja. Ich warte auf dich. Äh, wie hieß du nochmal? Kennet. Kennet! Erscheine! Cool. Kennet! Wo bist du? Hallöchen, Pöpöchen. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Erscheine. Komm raus. Zeig dich. Du kleiner hässlicher Wurm. Also bitte. Okay. Du kleine hässliche Pizza. Ja? Vom Elektrogrill. Und trotzdem angebrannt. Wo willst du hin? Pass auf, pass auf. Das triggert ihn richtig. Ketchup-Experte! Das war heftig, oder? Das war, das war extrem. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt richtig Eier. Richtig Eier. Ketchup mit Senf! Ja. Und? Und was sagst du? Hat er richtig Angst jetzt? Ja, oder? Den haben wir reingeschüchtert. Kacke, dann kommt der ja nicht raus, ne? Wir haben den Angst gemacht. Kennet, du musst keine Angst haben. Ich glaube, ich habe ihn getröstet. Also es könnte schon sein, dass er jetzt wieder rauskommt. Versuch mal. Ja, komm. No risk, no fun. Hallo? Hast du Hunt gesagt? No risk, no fun. Achso, nicht Hunt. Fun. Wie hieß der nochmal? Kenneth Wilson. Mr. Wilson? Kenneth. Kenneth Wilson. Kenneth, Mr. Wilson. Wo sind Sie? Hier im Sitzbereich. Du stehst da die ganze Zeit nur in der Tür. Nein, ich war drin. Hä? 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 Okay, komm, wir gehen jetzt beide zu dem Schrank. Ich gehe die ganze Zeit rein, du Otto. Okay. Okay. Ich komme mit. Okay. 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 Okay, ich bin drin. Kommst du mit? Oh Gott, ist der jetzt nicht. Ich wusste nicht, wo er war. Der Scheißkerl war hinter der Tür. Der sieht anders aus als sonst. So. Fleisch. Oh nein, mein schönes Geld. Aber du hast einen Bild gemacht von dem. Ja, gut, oder? Ich habe extra mich überall hingedreht und Fotos gemacht. Gerade, dass das nicht durch die Fenster auch geht, ey. Hätte ich auch gute Bilder gehabt. Ich habe extra, ich habe überlegt, weglaufen oder Foto machen. Und ich habe mich fürs Foto entschieden. Aber danach war mir erst klar, dass der mich ja töten würde. Ich wollte unbedingt das Foto haben. Aber der sieht ja, den habe ich noch gar nicht gesehen, optisch. Alter, habe ich mich erschrocken. Vor allem der Schweinehund. Ein richtiges Schwein, ne? Weißt du. Das war, das war die Rache für Ketchup und Senf. Ne? Äh, Mayo und Senf oder so. Weil. Oh, der hat sich hinter der Haustür. Ich laufe hinterher zum Quatschen. Der hat sich hinter der Haustür versteckt. Wie im wahren Leben, ey. Ja. Der hat sich hinter der Haustür versteckt. Und als ich drinnen war, hat der hinter mir die Tür zugeknallt. Und ich dachte die ganze Zeit, der kommt aus dieser Sitzecke hier. Aber kam der gar nicht. Der war hier an der Kommode. Siehst du nicht, aber ich zeige trotzdem hin. Wenn du jetzt reinkommst, hier die Kommode gleich hinter der Tür. Da war der und dann dachte ich, der kommt aus der Küche, weil ich ihn rechts gehört habe. Und dann habe ich erst gefragt, dass er mich überlistet hat. Ach, ich kann gar keine Bilder mehr machen. Der hat prinzipiell, drin ist doch noch eine Kamera. Ja, das zählt aber nicht, weil wir viele Bilder haben jetzt. Wir sind voll. Oh, das geht auch. Ja, ich habe nämlich gerade ein Bild von dir gemacht. Ich dachte, du kriegst eine Seite pro Kamera, so gesehen. Na gut, haben wir uns schlecht eingeteilt. Versuche jetzt nochmal. Nö. Ja, man kann die auch nicht rauswerfen, die Bilder. Die anderen. Schade. Schade. Aber ich sage dir, das war nicht irgendein Geisterphänomen. Warte mal. Das war nicht irgendein Geisterphänomen, was da passiert ist, dass ich gestorben bin. Das war ein kalkulierter Mord. Das ist ja geil. Das war wirklich, das war geplant und ausgeführt. Das war ein kalkulierter Mord, ein Fall für Meditated Detectives und ich will, dass du die Polizei rufst. Brauche ich nicht, ich kann selber das auch klären. Ich will aber, dass du die Polizei rufst. Ja, komm, jetzt drück. Ach nee, ich muss drück. Du bist in dem Fall mein Medium, du übersetzt und ich will eine Anzeige machen. Hast du eingetragen? Ist ja egal, ja, ich bin eh tot. Ich krieg eh kein Geld. Nur die Kacke von der Versicherung. Danke, Kenneth. Du Arsch. Marde. Alles weg. Arsch, Marde. Oh, Kackhausfliege. Kack, scheißhausfliege. Kackhausfliege. Nee, Kackhausfliege nicht. Oh, oh, nee. Oh, wir haben den Fall gelöst. Wow. Wie viel Geld ich dafür gekriegt habe. 15 Dollar für die Aufgaben, 12 Dollar für Fotos, 5 Dollar für den Knochen, den ich eingesteckt habe und ganze 78 Tacken von der Versicherung. Macht insgesamt was? 110. Okay, ich hatte 130. Und muss kein Equipment kaufen. Ja. Das ist ein Minusgeschäft für mich. Wie immer. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat gefallen. War sehr lange sehr ruhig. Zum Schluss dann doch minimal schrecklich. Ich meine, Jatsa hat sich eingetintelt, ne? Ja, ich genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.